Flacker will ich jetzt nicht mitnehmen. Bilder an der Gruppe in der Liste, ich kann vor allem nicht erneut ertragen. Ja ok, musste ja auch nicht. So ich kann so viel Kronkh könnte ich mitnehmen. Das. Moment mal, aber nicht, wenn ich Skogtour mitnehmen will, dann klappt das nicht. Nachstufe sortieren jetzt bitte wieder. Ein Ruin kann ich wirklich auch mitnehmen. Deshalb Fox vielleicht noch anstatt das Skogtour. So, in der Reihenfolge wäre vielleicht ganz machbar. Fällt mir gerade ein, nochmal kurz in die hier reingucken. Rundemeisterwegelocker Waffenknecht. Den Waffenknecht würde ich eigentlich gerne noch mitnehmen. Weil das halt mein einziger Tank ist und nicht Dingens ist. Und du bist jetzt Sepp. Sepp hier! So, und wir gehen jetzt mal zusammen hier rein. Minus Stressschaden, Öl der falschen Schlange. Ah, ist doch ganz okay. Ah, ja mein, wir gehen da rein. Gepäck. So, äh. Fackeln. Sechs Stück. Das nehmen wir auf jeden Fall mit essen. Vier müssen eigentlich reichen. Gegengiftheilkräuter haben wir schon. Ne Bandage. So, ist Minimalausrüstung jetzt. Muss reichen hoffentlich. 90% der Räume. Tja. So, geht auch mal los, ne? Hast schon ran. Steck dir ab, Stücke. Schön. Geh mal nach unten. Nicht so, wie man in der fallenden Scherven kann. 40. 20. 20. 40. Okay. Nicht so gut. Ach du Schande. Das ist mir gar nichts. Dann halt so. Betäuben. Blutenwiderstand? Wenig. Sehr gut. Sag. Sag. Das sind die Geier her. Geh mal vorne ziehen. graben. Das ist. Widersetzt. Schlampe. Ich bin ausgerichtet. Verwirrmler Knall. Kann ich. Guck halb dich herumlaufen. Hopfen für die alte göttin. Natürlich. Natürlich gehen sie auf ihn. Na, der kann sie zum Glück. Oder hat er Kampfmedizin? Ah, ich muss nur einfach nach hinten laufen, durch das Gefechtsmedizin. Nochmal beziehen. Geht auf. Durchstoß. Zack. Zack. Der Kettenstoß ist ziemlich stark. Für einen Betäubungsschlag, sechs Schaden abzumachen, finde ich krass. So ein Crit. Das ist unfair. So. Fünf Runden, eine Runde Gefechtsmedizin auf ihn. Oh, der heilt gleich beide. Nice. Nice. Der heilt sie selbst und ihn. Der kann ich sowieso immer heilen und dem Stress heilen. Das ist schon ziemlich krass. Der kann ja ganz gut erst tankbenutzen durch die krasse Heidung. Ähm, okay. Heilt ihn. Null. Netzt Bluten. Natürlich. Gefechtsmedizin. Ach so, der ist rumgerannt, ne? Ähm, Moment mal. Eins nach vorne. Nein, das will ich nicht. Continue the Unslaught. Destroy them all. Schwede Blut. Äh, Gefechtsmedizin. Sie selbst. So, geil. Die gehen aber auch mit dem Blut. Ganz schnuppen Sack. Meine Fresse. Ich muss den doch an die zweite Stelle machen, glaube ich. Und das ist irgendwie nicht. Ich habe da irgendwie nicht auf die Position gebracht. Ist auch richtig. Hehehe. Nicht so gut. Die Position ist, glaube ich, besser, weil ich bin sonst kein Nahkämpfer. Oder ich bin dann sonst gezwungen, ihn zu verwandeln. So hat mich kein Nahkämpfer besser gesagt. 50 Gold. Uh, buh, buh. 65 muss reichen. Baumkampf. Okay, ich habe die Versuchung. Ach ja. Das ist ekehaft. Scheiße, 20 Stress. Das ist so übel. So, die können natürlich alle nicht bluten. Alle nicht bluten. Wirklich jetzt. Und der ist ausgeglichen. Äh, ein verwirrender Knall. Betäubt. Sehr gut. Und vorne. So. Aber Giftresistenz haben sie nicht. Und kotzen. Und ganz nice. Zwei Leute direkt für drei Punkte vergiften. Ein Digit. So, den versuche ich nach vorne zu ziehen. Das ist ein Digit hier. Bewegt dich, Mann. Schwerfällige Axtklinge. Ah, da bewegt sie wieder nach vorne. Damit okay. Ob wir denn da knall... Giftschlag. Welche Granate? Sieben. Ich habe nur noch sieben Leben. Alles klar. Ich tritt mir das nicht mal. Mhmm. Bam. Die haben wir noch einen drüber mit der Kette. Damit du betäubt bist. Und du heilst morgen in den Heller. Was sogar ganz gut funktioniert. Great is the weapon that cuts on its own. Und dann möchte ich da eins nach hinten. Okay. Krass. Ich fürchte, aber jetzt muss ich mich fast mal verwandeln. Bei der Giftschleim. Ne, ich verwandle mich. Das ist zwar stressig, weiß, aber... Ich kann das nicht. Doch, kannst du. Alles easy. So, Rage. Clownheap. Ja, beide. Nice. Bam. Plus 15% Clownheap. Giftschlag. Der stirbt sowieso. Wir würden da knallen. Paff. Betäubt. Äh, hier heilen. Wenigstens blutet er dabei nicht noch. Giftschlag. Puff. Der heilt sich auch wieder beim Zurückverwandeln. Okay. Kann ich Fallen umgehen? Die Falle kann ich auf jeden Fall umgehen. Dann muss ich aber da oben hin. Ich gehe einfach mal da hin. Was soll's. Ich weiß nicht, dass es kein Kampf auf mich wartet. Ah, die Gold klappt. Hopp. Der Inhälte, sagst du, gehört dir. Eins. Mehr Gold für mich. Okay. So, noch wieder zurück. Erkundet. Düp, 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 düp. Ach, nö. Ich hab keine Schaufel dabei. Nein. Ah, hab ich die Schaufel vergessen. Fuck, man. Das ist bittar. Das ist bittar. Wartet. Nur der Asche eines Verstorbenen. Gegenstand zeigt keine Wirkung. Gegengift. Ja, ich bräuchte hier Heilkräuter. Äh, ne, ich will da nicht rein. Danke. So, jetzt hab ich wieder Licht. Also ich jetzt so Stress gekriegt hab. Nicht so gut. Natürlich kommt jetzt die Beschwörung. Gehen wir jetzt direkt bei mir 100. Gehen wir direkt da hoch. Ähm. Das stimmt doch eh schon nicht. Nee, muss dann nicht. Einschaden muss ich mir noch machen. Oder einfach so. Das stimmt ja nicht so. Und die auch. Das stimmt doch. Und dann halt wieder rein. Uh, keine Heilung. Das ist ein bisschen mit dem Stressproblem. Mit einem mit dem Stress. Und den noch mal betäuben. Oh, sehr gut. Ah, ich hab ja auch selber. Den noch mal zu betäuben würde wahrscheinlich nicht großartig klappen. Und angreifen kann er momentan doch nicht so gut. Hilftschlag. Paff. Na, das kommt dabei raus, wenn man den Scheiß verkriegt. Unverschlossene Truhe. Ah, da könnte eine Falle drin sein. Moment. Stopp. Den, den, den nehmen. Sehr gut. Keine Falle drin. Ich versuch's hier unten rumzulaufen. Das ist der kürzeste Weg. Nee, nicht der. Nicht der. Das ist ganz schlecht. Ja, wenigstens nehmen wir den da. Das ist nicht so schlimm. Der hat, der hat mich so bestressen. Jetzt soll ich aber nicht verwandeln, natürlich. Naja. Stopp. 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 Solche kann noch der Giftschlag. Das gibt mir halt alle einfach. Ein bisschen in der Nachwanderung. Fünf bis acht. Ah, schon. So, ich stoppe nächste Runde. Nicht dich erschlagen. Geht jetzt weg. Süßig. Entschuldigung, treffen beide nicht. Und er ist tot. Übertabend ist der Fahrt. So, ich bin in derißt Undersand.